Kommt! Kommt 2 im Tor! Kommt 2 im Tor! Da ist auch niemand drin! Lass dich noch ein bisschen oben drin, dass wir nicht gankt werden können! Die temporäre Warte, bis wir die Warte bekommen! Ja, bis wir die Warte bekommen und immer Warte sein! Ja! Oh! Wir haben nicht alle auf dem Boot! Hast du nicht alle gekommen? Nein, sie hat mir eine Sperrepresse geschossen von hier oben! Haben die Jungler? Skillshot Battle! Komm nachher! Ja! Nein! Nein! Oh, scheiße! Das war die Sperre! Vladimir, verpiss dich! Scheiss! Vladimir, Alter! Nein! Nein! Hey! Sorry, da kann ich nicht flüchten! Wenn du mich nicht kaufen kannst! Wenn du einen Teleport benutzt und entzündet, dann habe ich keine Chance! Wir ganken mal mit! I love it! Vladimir bot Level 2 schon! Nein! 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 Ich werde meine Revenz! Ich werde mich nicht verdrehen! Ich werde mich nicht verdrehen! Ich habe mich nicht verdrehen! Ich werde mich nicht verdrehen! Ich werde mich nicht verdrehen! Wo man keine Rösung gibt. Setz noch Warz. Zweifel? Nein, die erste ist schon immer weg. Und hier lohnt es sich jetzt, die Warz zu verbessern. Wieso bringt es nicht? Dass sie drei Minuten hat, statt nur eine. Wie viel rauchtet das? Nur 475. 375. Haben wir nur einen da? Ah ja, sie hat schon... Wo ist der? Nein? Die 2-Jong. Ja, ich verfehle die Leute. Sie haben schon alle gesichtet worden. Fail hoch drei von uns. Ja, f*** die Alten. Alter, wenn ich mich nicht hinset hätte. Wenn was? Wenn ich mich nicht hinset hätte. Was wäre das denn gewesen, wenn ich mich nicht hinset hätte? Der wäre in meinen Stand gelaufen. Hm. Hat viel gebracht. Ich brauche zuerst mal mehr Schaden. Vielleicht nehmen wir uns zwei auseinander. Ich kann... Der Bummi Resistenz glaube ich. Ich kann mehrfach den Pool an eine Stelle legen. Es tut sogar doppelt Zell um. Was? Was? Ja. Es wird immer das Ding ein Ort. Aber ob es lange nicht verdriebe. Ah, es wird knapp verdriebe. Warte, hä. Du auch noch die ganze Gegend verwarte, gell? Ja, ich habe den Pool. Das macht einfach Schaden. Was? Es hat... Es hat so wenig cooldown. Es hat noch mehr gehabt, gell? Es hat noch mehr gehabt, gell? Oh mein Gott. Ich habe den Schild quasi endlich. So, der Turm wäre schon mal im Arsch. Wir hatten ja vorher eine verdammt kurze Runde. Wir hatten ja noch einen Mischling. Das ist etwas geklappelt. Endlich Mischkill! Jetzt muss ich mich ein bisschen heulen. Ja bitte, bitte. Du darfst ja viel heilen. Ja der Geld geht's, geht's schön. Das ist so OP. Die Kombi ist grausig. Aber er hatte verdammt noch mal keinen Buff. Schon nicht da, ey. Uh, hallo. Oh, hallo. Oh, weil es eigentlich unnötig ist. Gibt euch Erfahrung und Geld. Sag, ich hab dich nicht getroffen. Cool dann, wie du sagst. Ich hab ihn schon durchgelassen, weisst du. Es bringt gar nichts, weisst du. Der Buff bringt nur. Es macht gar keinen Sinn, den zu haben. Würdest du ihn machen von dieser Seite dann? Merz dir für das Geld? Der Buff ist so für nichts. Nasos, Nasos. Hey. Du bist tot. Oh fuck. Jetzt hab ich nichts mehr machen. Jetzt hab ich verkackt vor der Steuerung her. Das wird das Problem, weil so viele Fähigkeiten kann man fasziniert wieder anlegen. Haha, ich geh voll auf Magierdurchdrängung. Genasos, oder was? Nein, einfach so nicht. Flatti Mirchel, komm Magierresistenz übrigens. Ich geh hoch. 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 Nein, komm mir nicht. Bäm. Noch vier Sekunden. Komm hier hoch. Ich geh hoch. Ich geh die Wette. So... So dreckig. So dreckig. Ah, du Scheißlampe, ey. Fuck, ihr denn, kummer. Nee, muss er nach hinten gehen, weil nach hinten ist ein Klott auch nicht. Wir können Drachen machen. Was ist das? Was ist das? Ich bin ein Torrent. Ihr Team hat eine Torrent. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was hat das für eine Scheiss-Lag gehabt jetzt bei mir? Ich lebe noch! Frey, das hat jetzt gerade gerusig gelegt bei mir. Ein paar Sekunden habe ich ein Bild durchbekommen, mein Schuh. Übrigens habe ich noch keine Schuhe. Scheisse, ich habe noch mal die normalen. Ich weiß, ich glaube, was ich gewinne. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sage direkt leeren Stab, noch mehr Magie durchdringen. So, ich gehe jetzt runter und farmen. Komm, wir füren. Oh, das hat jetzt so richtig schönes Geld gegen die 300. Das habe ich jetzt verdient. Mal schaue, wie viel Magie durchdringen habe ich. 23 plus 39. Also eigentlich kummer Magieresistenz beim Gegner. Also eigentlich kummer Magieresistenz beim Gegner. Zu verringern Schatten hast du eigentlich so viel Magie durchdringen. Insgesamt nehme ich dem Gegner quasi 23 Rüstung und dann zieht es ihm noch 40% ab. Überleg mir, ob ich das auch kaufen soll. Weisst du was? Dann haben wir zu 100% gebraucht. Was? Ich würde dir noch schaden gemacht, bevor der Schild ist aber. Das hätte ich noch schaden gemacht. Das ist ein Einschnittsgrundagris-Tempo. Siehst du doch, gibt nicht 1224%? Warte schnell! Gaut, 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 gaut! Da kommt noch jemand mehr übrigens. Da kommt auch noch jemand. Wo ich gestandte habe. Geil, er kommt vom Teleport her und hat direkt ein Stunni fressen. Geil doch ab, oder? Das ist schade, das war schon gruselig. Ja, Nidale. Sie hat gerade die stärkste, die es im Spiel gibt. Und sie hat dann nur noch 2 Sekunden geboten. Noch weniger. Meine Farm! Ja! Ey, ich habe schon wieder so viel Geld. Das geht mir gar nicht. Nein, 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 nein! Ich bin tot übrigens. Übrigens bin ich schon wieder tot. Ich habe es gesehen. Oh, heilig. Morgana, klaue dich alle Kills. Bei mir, Remu. Jetzt gibt es eine Klaue, ich bin nicht mehr verliehen. Teleport! Ich glaube, du bist schon bereit für den Kill. Ich habe aber eine neue Wart zu setzen für den nächsten Teleport. Oh, da wundern schon jemand. Nein, hey, wieso hast du ihn nicht weiter? Nein, du bist da. Ich bin jetzt nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Oh, ein V-Track. Scheiße. Scheiße. Ich habe mich noch nicht gesehen. Ich habe es hier geflasht. Und totes, unterbrochen Nein, nein, Magieschild Dein Leben Für den war er gestohlen, aber nicht mit Absicht Das ist ein Redbuffer, oder? Ja, das ist auch eine andere Blankgumpe Achso, okay, gut, einfach nur eine Blankgumpe, das ist zu weise Niederlash legt sie vor alleine, oder? Die Kayaflucht ist ja nicht das Problem Ah ja, Double Bast Mach an, da kommen die Minions Die Gegner sollten im Fall sehen, wo die Turret teleportiert schon in die richtige Richtung Mhm Was hat sie jetzt wieder geändert? Gestern war es immer so und ich habe mich wieder weg Ich habe mich drückt, ich habe mich überwachsen Ich habe mich drückt, ich sehe ein paar Steinkommen Ich habe mich drücken, ich habe mich zurück Ich muss meine Feigheiten machen, aber es ist mir ein Schaden. Oh, sie macht ihre Hutsche bereit. Hey, der Stunz! Ich habe mehrere gleichzeitig Stunnen, das ist auch noch geil. Sieh, ich komme ein bisschen ins Feuer, aber scheisse. Geh ihm, sonst wäre sie top. Ich mache echt keine Schadenmerkungen. Ich mache echt keine Schadenmerkungen. Hast du keine Rabotons? Doch, aber ich habe keine Magie durchdringen oder so. Oh, die Shit-Lags! Bei mir bewegt sich alles im Sekundentakt. Alter, bei mir bewegt sich alles im Sekundentakt. Oh, die Shit-Lags! Bei mir bewegt sich alles im Sekundentakt. Was, ich habe mir geholfen, dass ich nicht mehr freu. Ich habe keinen Fall dran, das ist natürlich auch nicht mehr. Der Territorium ausgeht und stellt es sich um eine Gabriele. Nee, ich sage die Regeln. Vielen Dank.